hallo und herzlich willkommen zurück zu forever skies ich bin immer noch auf der suche nach ich bin auf der suche nach nach neuen wegen ach guck mal an hier sind noch mal kristalle sehr gut warte mal ich hatte doch die das blümchen hatte ich doch hier das hatte ich doch gescannt oder hypothermie booster müsste ich machen erforsche die tunnel stelle virenproben analysator auf dem luftschiff her virenproben analysator das könnte man jetzt ja mal machen kam ich hierher und so aus okay in virenproben analysator soll ich herstellen was ist das grüner kolander ja da muss ich auf die 2 gehen oder das doch kolander irgendwas guck an filterflasche könnte ich jetzt bauen euch denn noch was kann ich jetzt hier noch machen gar nichts ne war ich da drüben ich hab kein plastikmüll mehr ach guck mal da liegt noch ein bisschen was weg ja das hier ist eine wasserflasche müll 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 ja schon gut was soll denn die leiter hier warte mal wie komme ich denn dahin zum beispiel hier durch da liegt auch noch plastikmüll da komme ich doch auch nicht ja immer da gibt es noch sachen nicht hoch hüpfen nicht danach aus ja ja oxygen warte wo war das jetzt da irgendwo da unten ist aber auch verwirrend aber er sagt uns erforsche die tunnel kann ich ja nicht machen was kann ich denn hier machen die 0 prozent gesundheit operieren kann ich den aber auch nicht ihre flasche oder kleiner sauerstoff den haben wir ja aber genau beginnt bringt es ja jetzt nicht bringt es ja jetzt nicht ne nicht zeigt yellow neue sogar die ich die geht der ab schiff betreten an bord klettern so stelle virenproben analysator her den muss ich wahrscheinlich da dann muss ich erst virenproben analysieren zwei elektrische elemente hier drin zwei elektrische elemente ich sollte ich erst mal aufräumen das ergibt sind da raus aus hunger zwei tage vier stunden dann esse ich dich halt der kolander hält auch nicht ewig ne filterflasche da war doch auch was hier verbessertes filterflasche zehn glas jetzt noch glas habe ich eins das gar kein glas drin da war glas drin doch da zehn glas ich habe 38 glas dann manchmal die filterflasche oder das ding ich da auch glas oder was war denn jetzt was sollte ich denn machen das sollte ich machen elektrische elemente während ich die suche forsch ich die filterflasche so elektrische elemente da ist nix drin da ist nix drin hier elektrische verbessertes ladegerät bräuchte ich noch mal ein transformator ballonkern ist klar virenproben analysator ja dann macht den mal so kann man jetzt die verbesserte flasche bauen ich kann ich gar nicht bauen virenproben analysator die energiekristalle ok noch und noch ein polymer und eine hauptplatine hier ich muss das hier noch mal reinpacken ich noch irgendwo ein kristall ich hab die alle benutzt ne aber nicht braun und ein kristall wo krieg ich den denn her aber schlecht komplett schlecht wo packe ich denn die batterien hin und hier ist noch polymer ja du kannst du auch mal drin aber kein kristall mehr noch da genau ein kristall ok eine hauptplatine und zwei polymere haupt platine ich glaube die muss ich bauen da nicht komponenten warte die habe ich bestimmt noch nicht analysiert ne hauptplatine leiterplatte und sechs kupfer kupfer sechs kupfer ich hab sieben müll und eine von der sorte ok hauptplatine ja ja da gehen die ressourcen hin ne vielleicht noch kupfer irgendwo nein kein kupfer mehr da zur hauptplatine zur hauptplatine wo sind da ja zehn kupfer ok das wird nix heißt wir müssen wieder losdüsen wo hat er das jetzt reingepackt darin das nicht gut ok aber wir können doch was jetzt dahin packen sondern dass das mit einer leere flasche sehr gut das noch was zum und das hält jetzt noch zwei tage das gut was den einen tag durch meinen kochen mach ich mal so jetzt brauchen wir kupfer 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 wäre gar nicht so weit weg das ist immer noch ein ausrufezeichen ok wenn ich guck studien andere das war ja grüne kolanda habe ich gefunden das habe ich gefunden der kaputte extraktor soll hier sein hier abgeschlossen neue was ist das neue erforscht die tunne stelle einen virenproben analysator her ja das will ich ja jetzt machen ok objekte blockade virenproben analysator bio drucker kann das bio drucker warte mal neue lebensform ok natur flora flora grüner kolanda und viren komme ich nicht hin ich kann das nicht abhaken und auch jetzt ok ähm ja was jetzt fertig geworden das ding ähm gekochtes staub dingensbums ok was kann das das hält zwei tage macht 20 nahrung wo warum auch nicht ne so nahrung 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 hier energiekristalle hätte ich mir fehlte nur kupfer ne mir fehlte kupfer oder ja kupfer und bis naja plastikmüll werde ich da hinten nicht bekommen wir drehen wir drehen oder gibt es da oben auch noch so ein ne gibt es nicht so noch der guck mal der blinkt sogar noch super da ist die plattform ok was hat denn auch station verwenden habe ich nichts das ähm einziger köder ah mehrfingrige rapsblüte fehlt noch ok was hier ballonkern habe ich noch nicht erforscht was ist denn da helium und sind da äthetische materialien helium kein helium mehr doch reichen 10 40 synthetische materialien ja mach ich doch dann ja ruhig mal forschen hier oh so wo ist denn unser extraktor der seite da muss ich mich so drehen gell fünf fünf zehn komme ich da rennen schwierig ne komm schon ne bringt nix bringt irgendwie nix ok aber wir haben ja jetzt handextraktoren ne dann mache ich es halt mit dem also das ist das Gelandet Ach nee, doch nicht jetzt. Was soll denn das? Das muss wohl nicht wahr sein. Das verstehe ich nicht gut für den Sturm. Hatte ich hier das Helium schon rausgenommen? Das ist nämlich keins mehr. Könnte sein. Ja, ich glaube, ich war hier schon. Nee, da ist noch was drin. So kann ich dich nicht wegmachen. Ja, daneben nicht. Was denn? Zuschauer-Ecke. Oho. Was ist denn eine Zuschauer-Ecke? Au. Hat er mich jetzt erwischt? Ja, Blitz und Donner, geh halt weg. Ihr Donuts und Blitz... Die habe ich doch da rausgenommen, oder waren da nie welche drin? Hm? Oh, okay, dann geht's hier wieder hoch. Ich werde gleich vom Blitz erschlagen. Ich sehe es kommen. Ah, das klingt aber auch richtig gefährlich. Ja, ich glaube, wir sind hier durch, ne? Da liegt hier noch was. Nö, da war nur diese... Diese eine Hütte. Ey, der war nah. Der war richtig nah. Ja, okay. Rutzelt mein Schiff schon. Ist schon alles kaputt. Ja, geht noch, ne? Okay, du raus. Langsam aufladen. Okay. Äh, hier, ne? Wo ist er? Hauptplatine wollte ich. Ne, Hauptplatine war hier, ne? Hauptplatine. Plastikmüll. Ich habe nur drei Plastikmüll. Oh, Mann. Ich habe noch ein bisschen mehr Plastikmüll. Okay, was war das andere, was noch gefehlt hat? Äh. Drei Leiterplatten. Hä, wo sind die denn hin? Die zum Forschen gebraucht? Ja, geil. Au, lass das. So, eine Hauptplatine. Ach, guck mal, hier ist doch... ...ein Türmchen. Zählt das nicht als Blitzableiter? Oder so? Wax. Neun. Okay. Oder das jetzt reingepackt in die Filterflasche. Oder? Ich habe... Hatte ich eine Filterflasche gebaut? Ne, Schmutzwasser. Leere Flasche. Schmutzwasser. Ich hatte keine Filterflasche gebaut. Inventar voll. Super. Super. Äh. Plastikmüll. Hier waren... ...Kupfer und... ...Materialien drin. Habe ich das gebraucht? Warte, ich gucke nochmal. Bei Science, ne? Virenprobenanalysator. Zwei Polymer. Zwei Polymer. Also. Eins. Zwei. Bitte auch mal bauen. Virenprobenanalysator. Wir haben ein bisschen was geschafft. Okay. Das hatte ich eigentlich in der letzten Folge gefunden. Ach, den Virenprobenanalysator hatte ich gescannt, ne? Das dauert ja ewig. Ähm. So. Sauberes Wasser. Leere Flasche. Sehr, sehr gut. Die ist voll. Ähm. Ja. Oh, ne leere Flasche brauche ich auf jeden Fall. Wie war denn das hier mit... Oh. Ja. Der Virenprobenanalysator. Da steht er. Okay. Dann bedanke ich mich heute mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.